Vorrunde zum Bundesfinale 2022. Herzlich Willkommen! Was passiert im Glühblümchen, damit es glühen kann? Wir täuschen optische Illusionen unser räumliches Sehen. Ob schwarze Löcher das mögliche Ende der Menschheit sein könnten? Hallo und herzlich Willkommen zum Bundesfinale Jugend präsentiert 2022. Das wirkt, glaube ich, total krass, weil da sind so viele Menschen und da gucken ja auch live voll viele Menschen zu. Natürlich hat man so ein bisschen Vorfreude und ein bisschen Kribbeln im Bauch. Ich bin nicht aufgeregt, so arg, nee. Es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie viel da auf der Bühne passiert, wie gut vorbereitet die Präsentationen sind, wie gut die alle mit dieser Situation umgegangen sind, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ich finde, das müsste man viel mehr zeigen, diese Veranstaltung, weil es straft so alle Vorteile, die man hat oder was man ständig hört von jungen Leuten. Ich bin total glatt. Ich hätte damit überhaupt nie im Leben gerechnet.